Ich habe so viel dafür gekämpft. Ich will, dass wieder alles beim Alten ist. So sei es. Es ist vollbracht. Nuri! Nuri, kannst du mich hören? Was ist? Wer bist du? Ich heiße Geron. Wie fühlst du dich? Komisch. Mir ist kalt. Was ist passiert? Komm ans Feuer und ruhe dich aus. Dann erzähle ich dir alles. Wer du bist, woher du kommst und was für wunderbare Abenteuer wir beide erlebt haben. Abenteuer? Alles begann letzten Herbst. Krähen hatten das königliche Schloss befallen. Und König Effer dann bat mich, ein Mittel gegen die Plage aufzutreiben. Meine Suche führte mich zu einer merkwürdigen Höhle. Nahe eines Wasserfalls. Osten! Leine Ehe Untertitelung des ZDF, 2020